Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte EG in Thüringen. Wir schwatten jetzt Gras. Dann werden wir uns noch einen Anhänger kaufen, um das in den Siedler zu fahren. Das ist ein Teil der Wiese angezeigt, beziehungsweise erst im späteren Zeitpunkt. Wir fahren mal eine Runde rum, fahren mal einen Kreis. Die Wiese ist ja nicht deckig. In einer natürlichen Form, da kann man am besten noch einen Kreis fahren. Kann man auch genauso gut zu hören. Wir sammeln ja auch im Kreis. Die gehen schon. Wenn das Geld reicht, dann werden wir noch eine Seemaschine kaufen und ein Feld. Und dann stellen wir noch ein Feld. Dann werden wir zeitnah die nächste Ernte machen können. Dann werden wir das Feld erst fliegen müssen. Dann werden wir auch noch aufhalten. Wenn ihr dann gleich nocht. Na Huge Ö bên! Okay, Wind. Ah, wir griffen hier alles, die Rand ist nicht meins. Das macht nix. Rundballen wär hier echt riskant, die bin alle wegrollen, also von vornherein in Silo fahren. Das wird n' Haufen hier. Die ist schlecht, der ist pecht. Keine Ahnung, ob man so ist. Das war jetzt so. So, wird n' Runde geschafft. Mal sehr lang, wie der Landerski endauern wird. Das ist auch eine offene Frage. Ich denke mal, heute haben wir keine Slafe dabei. Bei Ballen wirst du gleich verkaufen können. Hehehe. Ja. 7,25 Länge. Na gut. Macht ja nix. Kaufen wir halt morgen. Niemgτα. Na. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dritte Runde. This geht forwards. Ich verschenke hier einige Meter. Die Zeit vergeht aber mehr. Schon wieder halb zehn. Ich muss mir mal ein Licht anmachen. Es ist dunkel. Das ist gut. Das ist gut. Das ist ein Wunder. Gucken wir mal zusammen hier in Gras. Hoffen wir mal die BGA funktioniert, zum nicht funktionieren soll. Das soll uns hier eigentlich von Giants auch nicht gegeben. Zum Glück haben wir noch Körnermais aufs Feld und dann können wir Körnermais verkaufen. Während die Silage reinfahren wird, wird gleich ein Konkurs gehen. So, dann haben wir noch ein Drehen hier die Ecke. Dann haben wir die Ecke auch schon fertig. So, dann haben wir die Ecke. Ups. Jetzt kurz vorschalten. Jetzt kommt alles wieder von anderen Baden weg. So, gut truss, die Vögel weg. So, gut. 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 Ja, wir wollen doch mal. Ja. Oh. Das ist so ein wenig. so so eine folge nicht warten habe ich gesagt und das Mais ist noch nicht so weit aber das sieht gut aus jetzt mal haben wir noch so so schwatten verwert ich mal so 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 in der nächsten werden wir das Gras sammeln und in Silo fahren tschüss bis zur nächsten Folge hoffe ich jedenfalls so 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 so